Ja, langsam rein. Oh, da ist er! Was ist du denn? Look, er ist Obi-Wan! Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Castle Crashers. Ja, und ja, wie gesagt, mit dabei ist immer noch der Angel. Hallo. Der Red Black Lion. Hallo. Und der Black Knight. Hallo. Gehen wir weiter zum nächsten Level und zwar Blumenfeld. Oh Gott. Let's go. Und der King ist auch dabei. Ja, klar. Hi. Wo seid ihr denn? Oh nein, was sonst für Bienen? Hilfe! Ich bin eine Biene. Ach, Bruder, nein! Level 8. Ah, das ist doch. Aaaaaaah! Wurde noch Hütchen, oder? Ja, keiner auch. Okay, so. Weiter geht's. Wir haben sogar irgendwelche Männer hier, irgendwelche Soldatenflusskämpf. Bin ich eigentlich. Der ist schon nice. Ehrenmänner. Was ist das für Dreckspinner, Alter? Oh, jetzt! Geht! Alter. Alter, dich hab ich verfloppt, du. Nice. Dreck mit euch. Komm her. Oh, wer seid ihr denn? Oh nein. Ich hab mir auch gedacht. Gehen böse raus. Los, Gift! Alter, komm mit dem Chaos hier. Diese Leute sind hier grad hilflos. Ich drück einfach nur random Angriffstaschen grad. Hehehe. Safe. Päusen, let's go, Gift. Nice. Und hier. Nur unsere Soldaten, Alter. Beliefern die. Jetzt bist du hier rüber. Ey, ich auch rein. Halt, wie geht es? Muss rein und dann... Äh, X drücken. Oder Quadrat bei dir. Sind alle drüben? Nee, einer fehlt noch. Nee, noch nicht. Ja, ey. Du musst da hinten reinjumpen. Genau, dann X. Yes. Hoch geht's. So, okay. Also, wie Soldaten. Einfach wie geil. Ja, ist so. Jo, Alter. Wie seid ihr denn? Ah, hier komm ich hin. Junge, Star Wars of Wish. Ich geh's mal nach hinten und dann nur noch Gift rein. Oh, BAM! 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 Ritter mit Laserschwert. Star Wars of Wish. Let's go. Haar viele Genie hier. Einfach mal hier rein, Banner. Junge, ist so, warte mal. Das ist Eis hier noch. Ja. Feierbar. Bam, BAM! 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 Wider Gift rein Spam. Und Gift auch gut. Ja. Okay, ein Astle weg. Ich bin nicht so aus dem Baul. Ich bin nicht so unübersichtlich gerade. Ja, das ist wirklich so. Nice, gleich Levelaufstieg bei mir. Nice, haben wir zu groß. Ja, nice. Boah, Junge. Geh, wer ist verreckt? So, okay. Oh, die werden richtig fertig gemacht. Nice. Okay, warte mal. Ich bleibe den mal hoch. So, weiter geht's. Mein Gott, man muss... Hä? Achso, man muss nicht springen. Ich dachte, man muss springen. Alter. Ich bin ein Fetter von denen. Ich halte die Färbel. Wieder Gift. Nein. So, ich spamm ein bisschen Magie rein. Und Gift. Bam. Ja, Magie ist richtig. Ja, ja. Ich sag ja, das Ding. Magie ist weg. Nice. Weg, du kommst du selber, Lurper. Weg, du Lappen. Rein da. Oh. Oh, da ist die nächste Prinzessin. Nein. Was ist doch hier? Was soll denn das? Wie all unsere andere Hütter jetzt quasi verreckt sind. Ja, ist wirklich los. Hier gibt's ein bisschen... ...Head. Beziehungsweise, die auch ein bisschen was zu essen. Das ist doch nice. Warte mal, gib mal kurz, wie das jetzt hier noch holen. Oh, Alter. Jungs, wir haben noch Bomben, die Miesen. Ich seh's. Komm jetzt. Ah. Für Kuchen. Ich bin tot. Könnt euch mal, Dings, das Essen da auf den Tisch. Kann mich jemand hochfallen oder so? Ja, warte, kleinen Moment, kleinen Moment. Okay, gerade mit dem. So, weg mit dir. So, okay, gut. Ah, geht er weg. Ich wollte halt draufgehen. Und nicht beim Hochheilen... Dankeschön. Ja, klar. Bitte schön. Junge, kommt jetzt, der Fett. So, jetzt weg mit dir. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Gift rein hier auf jeden Fall. Ja, rein damit, da mal. Eien. Eien. Ja, warte, 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 warte. Äh, warte mal. Ah, Hilfe, ich muss... Ja, warte mal. Helf dir mal hoch. Ja. Ja, nice. Okay, cool. Ja. Okay, ja. Komm. Ich bin noch geworfen. Nice. Jetzt korrekt mal. Ich glaube, er ist langsam tot. Egal, weitermachen. Ich glaube, er ist langsam tot, aber egal. Ja, okay. Kann man ein bisschen hochleveln. Okay, es reicht, es reicht. Reicht, es reicht erst mal. Die Junge komplett auseinandergefetzt, den Boy. Hilfe. Junge, komm jeden her. Jo. Ich hab' mir auch gar gedacht, ich glaube, es muss da raus. Junge, jumpt der einfach durchs Fenster. Junge, he's the chosen one. Los, ey. Alter. Helf mir mal hoch, helfen mir mal hoch. Scheiße, aah. Wenn du mit mir drehen bist, ich hab' mir gerade Stampele, ich muss hier. Ey, Mann. Doch, weg. Ah. Oh, du lebst wieder. Halbwegs. Nice, danke. Warte, aber die anderen. Oh, warte. Ah, scheiße. Ey, Junge. Fiss dich doch, Mann. Warte mal, einer ist noch tot. Ach, da. Hier, ja. Ah. Ich halt die dir ein bisschen vom Hals. Nein, vielleicht hier. Nice. Ey, doch weg. Zack. Junge, schön Kopf abgehakt. Okay. Nice, weiter. Yo, Alter. Alter. Ey, Mann. Nein. Boah, Junge. Okay, wer braucht denn die Hilfe? Ach, der Esel. Okay, warte. Ja. Redback, nein. Ja, auch. Warte mal. Warte mal, warte mal. Äh. Ja, mach du den. Okay, nice. Ja, nice. Wo ist der Redback Lion? Ich schau mal kurz. Ich lauf mal ein bisschen nach hinten. Scheiße. War eigentlich so. Ah, da ist er. Komm. Ja, doch gerade so. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn. Ich hab hier. Oh, Alter. Junge, aber er lag da doch gerade so, dass wir ihn bekommen haben. Ja. Ey, aber auch schon ausgepeitscht, der Junge. Vielleicht hier. Ich bin jetzt langsam tot. Ja, langsam rein. Oh, da ist er. Was ist du denn? Junge, er ist Obi-Wan. Alter. Ohne wird safe, Obi-Wan. Junge. Obi-Wan wurde nachher in Star Wars gekillt. Jetzt ist er zurück. In Castle Crips. Nice. Wer läuft da ständig gegen die Wand? Alter, was geht denn jetzt? Hilfe! Alter. Er rückt aus. Nein! Oh! Warte mal, der Rift ist gleich. Ich helfe ihn hoch. Ich helfe ihn hoch. Komm, schön Sandwichen, Junge. Ah. Bitte. Er kann nichts machen. Nein. Ich bin hier. Als ich ihn gehalten habe, haben die mir so Damage gemacht. Hilf, Junge. Und er eskaliert halt komplett. Nice. Alter. Oh, weg da. Weg, 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 weg. Okay. Und, da können wir nichts sagen. Weg, 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 weg. Äh, ich hab Angst. Und er eskaliert komplett. Jetzt komm her. Alter, wie viel Damage. Der hat mich gerade tun. Ich weiß. Warte mal. Die in ein. So, jetzt. Okay, ich mach mal ein bisschen Gift drauf. Los. Oh. Okay, weg, 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 weg. Er eskaliert wieder. Alter. Wir haben es ja so langsam mal kapiert. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Du, scheiße, beide sind tot. Ja, komm. Oh, je. Oh, geil. Hilf dir mal hoch, hilf dir mal hoch. Warte mal. Ja, okay, okay. Einer lebt. Okay, okay, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Oh, Junge. Ah, Hilfe. Okay, er will. Er ist wieder da. Das geht jetzt aus der Fresse. Auch da. Scheiße, und weg mit dir. Ja, komm. Haben wir ihn. Ja, wir haben ihn. Er ist tot. Oh. Jetzt müssen wir gegeneinander battlen. Und ich habe so wenig Leben. Diesmal für mich. Nein, der kommt aus der Toilette. Nein, da kommt noch einer. Ja, wir haben ihn nicht nur umgebracht. Nein. Ey, wo willst du denn hin? Ey. Ich will meine Steuern nicht mehr. Warte mal. Nee, ich kann nicht. Was soll denn das? Oh. Jetzt geht's ab. Jawoll. Junge, Kutschfahrt hier. Wer tappt da runter? Richtiger Profi. Ja, lass mich gut sein. Jawoll, Level 5. Also, nice. Das müssen wir eigentlich Damage machen, wem. Äh, müsst ihr erstmal draufbleiben und die Typen hier runterkicken. Boah, Junge. Was? Alter. Das ist die halt komplett. So, ich bin jetzt ganz raus. Aber jetzt kommt der raus. Nein, du bist tot. Ich hatte ein Strich HP, wo wir losgelegt haben mit dem Game. Äh. Jetzt wirst du so befrechtet. Nee, aah. Junge, er ist Superman geworden. Entschuldige. Ich kriege was. Ich kriege was. Schade, ab jetzt. Ich kriege was. Achtung. Ich bin hier. Okay, ich krieg ihn wohl gerade gut. Alter, der kommt zu reden. Jawohl, wir haben ihn. Let's go. Alter. Aua. Hab ich gesagt, als letzter Überlebender war es auch mit diesem Part von dieser Folge, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, ihr seht beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.